Ich möchte euch heute die Jacke von LS2, die Rambler, vorstellen. Das ist eine Jacke, die kann man gut zu kalten Jahreszeiten verwenden, aber auch zu warmen Jahreszeiten. Die hat eine herausnehmbare Jacke, die kann man auch separat tragen, die ist ganz cool. Die Jacke ist wasserdicht, also das Material, das ist wasserdicht, ist auch abriebfest. Hier kann man dann zum Beispiel ein Handy noch verstauen, das ist so eine wasserdichte Tasche, so eine Innentasche. Protektoren sind vorhanden, Schulter, Ellenbogen, Rückenprotektor ist optional, den kann man bei uns dann mitkaufen. Die Jacke, die gibt es in zwei verschiedenen Farben, also einmal in Oliv und einmal in Blau. Gibt es für Männer und Frauen, hängt bei uns auf jeden Fall im Laden, schaut vorbei. Die Jungs-Bester-RAM Und dort hat ein Kurka-Port, und ich schmecke euch nennen und freuecheahy. Einen Sindone